in diesem video möchte ich euch zeigen wo ihr variablen in integration service paketen findet wenn euch dieses video gefällt freue ich mich sehr wenn ihr meinen kanal abonniert und jetzt geht's los ich habe nun ein neues integration service paket erstellt und werde im ersten schritt in den paket designer wechseln dazu geht man im solution explorer mit einem doppelklick auf das paket darin habe ich nun ein weiteres menü an der oberen leiste und sehe hier einen baustein symbol und darin befinden sich die variablen mit einem klick erhalte ich nun das fenster mit den variablen und kann diese nun erstellen ein weiterer weg um auf die variablen zu kommen ist auch mit einem rechtsklick in die leere fläche und dann mit einem klick auf variablen gelangen zum zählen menü darin kann man nun seine variablen definieren beispielsweise durch mit dem datentyp und auch dem wert und eine super funktion ist auch die anwendung von expressions darin kann ich noch spezielle ausdrücke anwenden ein häufiges thema ist auf das aktuelle jahr oder das aktuelle monat oder ich extrahiere gewisse werte aus datensätzen wenn ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach ein kommentar ich versuche euch zu antworten tschüss und bis bald